willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer wo bin ich denn hier gelandet ich meine schön ist es hier ja aber nicht so schön wie in winden hallo bist du denn wir versuchen hier gerade den mindcast aufzunehmen ja ja mindcast schön und gut aber wir werden auch einen podcast zusammen aufnehmen scheinbar erst in deiner zukunft gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den spuren spuren was für spuren du ich muss jetzt aber auch los aber vergiss nicht wenn vögel fallen und kinder verschwinden dann ist klar wir sind in winden heute möchten wir mit euch über einen film sprechen es ist mal wieder zeit für einen film talk aber bevor wir das intro hier starten lieber christian wie nennt man einen zauberkünstler der als hund wiedergeboren wurde jetzt kommt ein labra kadabra dor und in diesem sinne willkommen zum heutigen film willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer für alles rund um spiele filme und serien sowie alles was dein nerd herz höher schlagen lässt und hier sind deine gastgeber markus und christian tach christian tach nerds und tach ihr drachen da draußen ja tach marcus und tach nerds schön dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem heutigen film talk ja bleibt ja nichts anderes übrig bei einer sucht auf jeden fall ja es wird mal wieder zeit für einen film talk lieber christian wir haben uns gerade eben eben diesen film angeschaut und zwar dungeons and dragons aus dem jahr 2000 beziehungsweise in deutschland 2001 in die lichtspielsäle gekommen und lichtspielsäle ja ich kann auch wörter mit mehr als einer silbe und bevor wir jetzt mal richtig ins thema einsteigen du hast dich gerade schon sehr über diesen tollen witz gefreut ich habe noch ein für dich ich habe noch mehr also ich habe noch viel mehr da wo der herkommt sind noch ganz viele in meinem geöffneten browser tab ich finde sie sehr gut teilweise pass auf warum konnte der drachengeborene barbar nicht in den rage gehen sag es mir er hatte er hatte eine ereptile dysfunktion ja gut bevor wir mit den dingern weitermachen ich habe da noch ein paar ich muss mir kurz die tränen weg wischen ist so schlecht dass dass ich gerade tränen lache wunderbar genau mein humor was ist braun und riecht nach scheiße 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 wow gut so jetzt sind wir ganz unten angekommen jetzt können wir das level gesetzt genau ja dungeons and dragons dem geneigten zuhörer wird jetzt schon auffallen mensch das klingt ja nach dem pen and paper system das ist richtig das war die vorlage dafür genau deswegen genau deswegen haben wir uns gedacht schauen wir uns den doch mal an denn im mai kommt ja bereits ein neuer film aus diesem universum dungeons and dragons ehre unter dieben und da freue ich mich sehr drauf weil er scheint sehr lustig zu sein und im prinzip das übliche chaos einer pen and paper runde gut wieder zu spiegeln und ich bin da mal sehr gespannt aus dem hintergrund haben wir uns jedenfalls den film rausgesucht nach nach kurzer diskussion heute ja und was ich erstmal ganz cool fand als ich mir den cast angeschaut habe jeremy irons spielt den big bad evil guy den bpeg wie man so schön sagt und ja keine ahnung also ich weiß nicht genau was ich im vorfeld erwartet habe zu dem film aber nicht unbedingt das also ich wusste dass er relativ trashig ist auch für einen älteren film ich wusste dass er bei den kritikern und bei den fans nicht gut weggekommen ist aber ich muss sagen ich fand ihn gar nicht so schlecht so also weiß ich nicht also was ist so dein erster eindruck so direkt nach dem film ganz ehrlich ich hatte so ein bisschen new kids vibe ne für mich für mich war das dann für mich war das dann so gehe ohne anspruch rein und du bist ganz gut unterhalten natürlich ist es kein meisterwerk ne kein vor allem kein anspruchsvolles meisterwerk aber jetzt so wo wir ihn gerade gesehen haben einfach so locker flockig war es okay ich habe an ein paar stellen richtig gut gelacht für mich war so mein persönliches highlight auch marlon waynes da drin zu sehen wovon ich nichts wusste und ich finde marlon waynes in komödien einfach mega ich mag ihn unheimlich weil er so ein bisschen ja kommt ein bisschen grenzdebil rüber ist aber irgendwie so ein bisschen sympathisch grenzdebil ja also ich glaube das ist so ein bisschen wie bei wie heißt er gleich hier deadpool genau ryan reynolds der spielt hat irgendwie auch immer irgendwie so ein bisschen sich selbst und ich glaube wenn man da schon mal einen film mit ihm gesehen hat so wo er so einen eher lustigeren charakter spielt dann weiß man was man bekommt und das ist hier in dem film auch so genau was ich habe ich habe darauf gewartet dass marlon waynes sich hier schön joint ansteckt ja so weit kam es nicht aber hätte ja vielleicht ein bisschen drachenkraut rauchen können oder so genau genau was ich witzig fand oder oder interessant fand dass das produktionsland bei wgpd angegeben ist mit usa und tschechische republik das hätte ich irgendwie so nicht nicht gedacht also dass das überhaupt irgendwie im ausland produziert haben ich kann es mir vorstellen tschechische republik weil da gibt es ja eine szene die auf einer burg spielt und in amerika war das ja nicht so mit den bogen gut natürlich hätten sie wahrscheinlich irgendwas so ein bisschen aus dem boden stampfen können aber dafür sah es schon doch zu authentisch aus die burg ja okay also ausgerechnet tschechische republik aber vielleicht war das so um die 2000 herum so ein go to drehort weiß ich jetzt nicht ja möglicherweise vielleicht kann mal ganz kurz was zur zur handlung sagen so ganz grob also das ganze spielt in diesem magischen kaiserreich ist mehr ist mehr oder ist mir ist mehr ist mir egal und grundsätzlich geht es um diese klassenspaltung so die normalen leute und die magier und eine junge kaiserin möchte da gewisse veränderungen politischer natur herbeiführen und der jeremy irons charakter hier der erzmagier profion der mag das nicht so sehr und der möchte ihr nicht nur die macht entziehen sondern natürlich auch seine eigene macht stärken und darum dreht sich das ganze so und die charaktere um die es geht nämlich seines zeichens der hauptcharakter sozusagen ridley also ist ein dieb mit seinem kumpel snails gespielt vom eben schon genannten marlon wyans und da ist es so die sind so finde ich die typische typische kombi wie so ein pen and paper abenteuer losgehen kann so ey guck mal was ist da los lass das mal irgendwie lass mal gucken was da abgeht und schon geht es los ja und genau so beginnt ja der film eigentlich auch und ich finde das ist eigentlich ein sehr sympathischer ansatz den film zu starten so dass das ist so also ich glaube wenn man als pen and paper spieler sich den film anschaut sei es jetzt damals oder heute hat man zumindest vom start des films erst mal das bekommen was man wahrscheinlich erwartet hat also man war zumindest nicht überrascht wie es verläuft sagen wir mal so ja das habe ich ja auch mir als ja so kleine markierung aufgeschrieben also die typische rollenspielszene einfach die diese random zusammenkunft der der gesamten party ja random ist es ja spätestens als der zwerg zur gruppe dazu stößt eigentlich stolpert die gruppe über den zwerg und plötzlich ist er teil der gruppe ja blöd haben wir auch schon gesagt irgendwie irgendwie fehlte uns da so ein kleiner dialog moment ja man irgendwie sich so ein bisschen erklärt hat warum der jetzt mit läuft anstatt ich meine die sind so quasi durch seinen tunnel durch sein zuhause durchgestolpert sozusagen ja relativ am anfang aber warum ändern mitläuft wahrscheinlich aufgrund dieser bedrohungskampfsituation weil der sich ja auch da mit dem mit dem typen damo da mit diesem zauberer dude da angelegt hat also mit dem untergebenen von erzmagier profion genau was ich erschreckend fand tatsächlich ich hatte jetzt im im nachgang und in vorbereitung auf die heutige folge hatte ich mir einfach nur noch mal so kurz die wgpedia seite angeschaut und ich war echt erschrocken über die über den bereich auszeichnung und kritik auf der seite da steht nämlich zum beispiel einmal von filmdienst und einmal von tv spielfilm fand ich beide auch noch durchgelesen sehr erschmetternd ein fantasieloser dilettantisch inszenierter fantasyfilm nach einem populären rollenspiel der auch tricktechnisch nie überzeugt das kam von filmdienst und tv spielfilm sagte dazu was in netter runde am küchentisch für kurzweil sorgt bereitet in der kinoversion nur gähnende langeweile jeremy irons spielt miserabel die dialoge sind schlechter als improvisiert eine argumentationshilfe für fantasy hasser fand ich schon hart das ist schon eine ansage ähm was aber halt auch dafür spricht steht auch direkt da drunter im wgpedia artikel dass die fortsetzung die machte elemente ein paar jahre später rausgekommen direkt auf dvd veröffentlicht wurde und auch nur ein mensch aus dem cast nämlich bruce payne als damodar wieder kehrt also wieder zurückkehrt in den cast ähm ich glaube sie hätten jeden charakter besser nehmen können als ihn ja ich meine er hat er hat aufgrund der story im ersten teil natürlich ein motiv wiederzukehren sage ich mal aber ich hätte sie hätten glaube ich so ziemlich jeden anderen charakter irgendwie geiler wieder reinbringen können aber gut sei es drum ich finde also wenn man sich den film jetzt mit so ein bisschen realistischem abstand anschaut ne der ist rund 20 jahre alt ähm auch gerade damals waren finde ich so diese verfilmungen von bereits bestehenden dingen aus anderen medien sei es jetzt äh spiele oder bücher oder was weiß ich ja bücher vielleicht schon eher aber spiele waren da einfach noch gar nicht gang und gäbe verfilmt zu werden sei es jetzt spiel im sinne von computerspiel oder ähm jetzt hier so ein spielsystem also spiel im weitesten sinne und ich glaube schon dass sie da also grundsätzlich hängt ja erstmal eine große Lizenz dahinter allein dass sie es dungeons and dragons nennen dürfen was ja bemängelt worden ist dass sie sich da nicht an so einem klassischen setting von äh dnd orientiert haben sondern so ein so ein eigenes setting so ein bisschen geschaffen haben ähm was ich jetzt nicht so wild finde irgendwie weil es eh für dungeons and dragons sehr unterschiedliche settings gibt die auch in sehr sehr unterschiedliche richtungen gehen ähm ja du hast halt äh immer mal wiederkehrende Orte ja aber im prinzip die settings sind äh je nach abenteuer was du spielen willst äh dann doch recht unterschiedlich ja nicht nicht mal unbedingt das abenteuer ich sag mal von dnd5 die meisten veröffentlichten abenteuer spielen eigentlich alle in äh ferun also in den in den ähm vergessenen reichen das so das standard setting mittlerweile ist für dnd aber es gibt ja noch ganz andere es gibt zum Beispiel noch so dark sun ähm als ein bisschen anderes setting und es gibt halt wirklich viele settings die vom vom grundtyp auch einfach in andere richtungen gehen also ich glaube wenn sie sich da ähm an einem dieser mehr orientiert hätten und da eben auch mit hilfe der lizenz entsprechenden namen reingebracht hätten wäre es vielleicht auch ein bisschen besser in der fanbase angekommen du erwartest natürlich auch so ein bisschen als fan wenn du dungeons and dragons liest dass du bekanntes bekommst also ich verstehe schon jetzt unabhängig von schauspielleistung und dem drehbuch vielleicht an sich ähm dass fans da so ein bisschen enttäuscht zurückgeblieben sind so also das kann ich nachvollziehen ähm aber so für sich genommen und das meinte ich so mit ein bisschen nüchterner distanz eben ähm wenn man das ein bisschen distanzierter sieht ein bisschen die fanbrille auszieht finde ich war es jetzt kein scheißfilm also gerade aus der zeit ähm also kenne ich einige filme die ich merkwürdiger und langweiliger fand also ich fand ihn durchaus dezent unterhaltsam so ja ich wie ich auch schon sagte wenn man jetzt nicht mit großem Anspruch daran geht ist ja eigentlich eine ganz nice Unterhaltung ne ich würde jetzt auch nicht sagen dass das ein Paradebeispiel für Fantasy Hasser ist ähm natürlich ist das da haben wir uns ja auch ein bisschen drüber ausgelassen äh dass man die Tricktechnik ähm wie das ganze äh dargestellt wurde auch mit den Drachen und allem natürlich sieht man äh diese frühen CGI-Geschichten ähm oder halt dieses Wabern äh vor dem Greenscreen ja das sieht man halt aber gut das kann man man muss äh wie gesagt dazu sagen es ist äh aus Anfang der 2000er und äh natürlich sind wir was das äh 20 Jahre später jetzt ist äh deutlich verwöhnter na also ich finde aber auch dass man dass man da gar nicht so so hart mit ins Gericht gehen muss sage ich mal was ich aber verstehen kann und das finde ich ist durchaus ein legitimes Argument wenn ich den Film im Kino gesehen hätte würde ich mich wahrscheinlich ärgern hätte ich mir den jetzt für 20 Euro auf einer Disc gekauft würde ich mich wahrscheinlich auch eher ärgern dann würde ich dem auch einen viel höheren Trash-Faktor ähm zusprechen wenn ich das jetzt aber als kostenlosen Film auf Prime sehe den ich mir mal eben so keine Ahnung Christian kommt mal eben vorbei wir schmeißen uns aufs Sofa ähm lecken ein bisschen rum und schauen dabei einen schönen Dungeons & Dragons Film was wer hat das gesagt was nein was ich wollte nur gucken wie gut du mir zuhörst äh gut aufgepasst jetzt bestanden ähm nein also also wenn man sich das mal so als als entspannten Film für zwischendurch ähm sieht es geht ja glaube ich voll klar das ist kein Meisterwerk auf keinen Fall aber absolute Grütze ist er auch nicht also da habe ich schon Filme gesehen die auch ich sag mal ernster genommen werden wollten und allein wie der Film aufgemacht ist mit dem hohen Humoranteil und so weiter und ja so generell ist es natürlich schon so dass man das Gefühl kriegt da ist auch eine eine Spur Selbstironie mit drin und ich weiß zum Beispiel auch dass ein Jeremy Irons ganz anders spielen kann aus anderen seiner Rollen und ich glaube schon und ich glaube schon dass es so ein bisschen auch Trademark vom Film ist das Ganze so ein bisschen selbstironisch zu machen mit Sicherheit nicht immer ich glaube schon dass die manchmal unfreiwillig komisch auch waren so die ein oder andere Szene nicht zuletzt durch die Effekte oder durch die Dialoge ähm aber ich fand es okay also also ich finde es ist kein Film den man zerreißen muss nein nein wie du schon sagtest wenn man den so ein bisschen nebenbei laufen lässt einfach für die seichte Unterhaltung ist der allemal perfekt ähm es ist jetzt auch keine absolute Zeitverschwendung also so habe ich das Gefühl zumindest ähm ich war gut unterhalten ich habe bei einigen Szenen äh doch lauter gelacht als ich dachte ne vor allem äh einer meiner Lieblingsszenen war mit dem Zwerg ähm wo die zum ersten Mal auf die Elfe getroffen sind beziehungsweise die Elfe beobachtet haben ne und äh Snails dann so mhm die ist nice ne und der Zwerg so na an der ist doch gar nichts dran ne ich bevorzuge eine Zwergendame mit 250 Pfund und einem äh Bart am Kinn und dann so Barthaaren am Kinn an denen man sich festhalten kann genau an denen man sich festhalten kann und dann so naja ähm fand ich schon lustig ja das war schon nicht schlecht war schon nicht schlecht was ich ganz schön umgesetzt fand war so dieses wilde Tavernentreiben das das ist das ist schon so das wie man sich so eine Fantasy Taverne vorstellt auf jeden Fall das hat mir gut gefallen so über mehrere Ebenen und dass dann da so ein so ein Bierkrug durchgereicht und aus der Hand genommen wird unfreiwillig und der dann da irgendwie an einem ganz anderen Ort rauskommt wo er eigentlich hingehen sollte und so ähm einfach so ein wildes Durcheinander eigentlich das fand ich schon ganz schön ja auf jeden Fall also das das ist schon das ist in Ordnung ähm also ich ich weiß halt nicht wenn ich so dran denke dass es noch zwei Nachfolgefilme gibt aktuell freue ich mich sehr auf den ganz neuen Film der jetzt im Mai rauskommt Ehre unter Dieben ähm einfach weil das so ein bisschen glaube ich das ist was wir gerade geguckt haben nur in einer etwas zeitgemäßeren Neuauflage so also technisch technisch äh neu und zeitgemäß und halt auch einfach etwas bildhafter interessanter gestaltet und einfach zeitgemäß zeitgemäß dick unterstrichen in dem Fall und ich glaube dass man da auch genau das bekommt was man erwartet so die typische D&D Party die äh auszieht auf ein Abenteuer ein Problem selbst verursacht um die es sich dann kümmern muss und da bin ich sehr gespannt drauf ob ich jetzt die zwei Nachfolger von dem Dungeons & Dragons Film gucken muss oder möchte die wir jetzt also die wir jetzt gerade geschaut haben also Die Macht der Elemente aus 2005 ähm oder Dungeons & Dragons 3 Das Buch der dunklen Schatten ähm was übrigens direkt eine Fernsehproduktion war also noch weniger als DVD also man sieht da schon so eine Tendenz das erste Kinofilm zweit ist Direct-to-DVD und das dritte einfach nur noch Fernsehen ähm also da sieht man aber schon die Tendenz ich find's schön dass einfach noch ein Film gekommen ist also dass jetzt noch ein Film kommt aber ich weiß nicht ob ich mir Teil 2 und 3 angucken muss ehrlich gesagt ähm und du hattest gerade gesprochen von deiner Lieblingsszene mit dem mit dem äh Zwerg ja ich fand tatsächlich ähm auch so aus Dungeon Master Sicht ähm da ich ja im Pen & Paper in der Regel den Dungeon Master mime ähm meine Lieblingsszene war direkt ziemlich zu Beginn des Films der Einbruch in den Magiaturm so weil das für mich so ganz klassisch war irgendwie so nach Motto was könnte schon schief gehen ja zwei Diebe und nicht mal besonders gute ähm oder berühmte oder was weiß ich was kommen auf die Idee ja lass uns mal in den Magiaturm einbrechen so das wäre der Punkt wo ich schon als Spielleiter in so einer Runde da sitzen würde ernsthaft denkt ihr das ist eine gute Idee so aber sie halt machen lassen würde die Spieler ja einfach um zu gucken was passiert vor allem so spring ich fang nicht ne dachte ich so ah der hat ein Eins gewürfelt genau also also das war für mich einfach so typisch D&D Spieler die auf komplett bekloppte Ideen kommen aber einfach so rule of cool man man lässt es man lässt es einfach passieren und schaut wo die Reise hingeht das ist ja das was was mir als Spieler hat auch am meisten Spaß macht so dieses flexibel auf die Spielerideen reagieren ich arbeite zwar immer mit vorgefertigten Abenteuern in der Regel aber ähm versuche innerhalb dieser Abenteuer so flexibel wie möglich zu sein um grundsätzlich erstmal ja zu Spielerideen zu sagen so und dann auch gerne so ein paar zufällige Sachen noch mit reinbringen genau ja Zufallstabellen mag ich sehr ja einfach weil es meine eigene Flexibilität und Spontanität immer wieder herausfordert und weil es einfach zufällig ist ich mag das weil je mehr Sachen ich festschreibe umso ja umso weniger Spiel ist es eigentlich umso mehr ist es eigentlich vorlesen und und Reaktionen abwarten von den Spielern auf das was ich sage das ist so deswegen fand ich den Einbruch in den Magierturm einfach cool weil es auch direkt so Chaos bricht los und es entfalten sich direkt irgendwelche lustigen und skurrilen Szenen wenn die da mit irgendwelchen Artefakten rumhantieren ähm und sagen wir mal ehrlich wenn eine Spielergruppe in so ein Magierturm einbrechen würde irgendwer würde irgendwas anfassen oder mitnehmen schöne Grüße gehen an der Stelle raus an Martin ähm äh ja das ne also es ist so ohne Fallen auszulösen genau also es passt einfach für mich und deswegen fand ich das das tatsächlich eine sehr ähm schöne Szene mein Lieblingscharakter war tatsächlich Snails äh Marlon Wyans ähm also generell alle Charaktere waren mir teilweise zu überspitzt aber der war einfach so dieser typische chaotische Spieler der meint einfach an jeder Ecke irgendwie einen Joke raushauen zu müssen finde ich eigentlich auch immer ganz geil aber im selben Moment denke ich mir immer so boah wie nervig ey boah der war halt nochmal so so eine besondere Kategorie drüber naja also den fand den fand ich einfach schon sehr sympathisch ähm aber auch halt sehr drüber also da war ich sehr zwiegespalten fand ich aber trotzdem irgendwie so die netteste Figur weil die anderen halt insgesamt finde ich alle irgendwie sehr platt waren so ne ich meine so Jeremy Irons mit seinem Big Bad Evil Guy Magier so ja war halt einfach nicht so geil gespielt den konnte ich halt irgendwie gar nicht ernst nehmen ne und die anderen gerade so diese Kaiserin die eine sehr wichtige Figur in der Story ist aber irgendwie auch ein bisschen kurz kam ähm weiß ich nicht es war alles irgendwie so ja tausche halt aus töte sie halt ist egal so ja äh und das fand ich schade bei der Kaiserin hatte ich auch äh so ein bisschen ähm die 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 ja dadurch dass äh Thorough Birch in dem Fall äh ich glaube quasi 18 oder 19 war wenn ich das richtig oder ne gerade über 20 genau ne sie wirkt halt unheimlich jung und äh schwierig ernst zu nehmen ne das hatte für mich auch so ein bisschen äh unendliche Geschichte Vibes mit der kindlichen Kaiserin ja ich hatte die ganze Zeit musste ich da sofort dran denken ich auch ich hatte die ganze Zeit im Kopf so eine Mischung aus kindliche Kaiserin aus die unendliche Geschichte und ähm Padme aus Star Wars ja genau genau ne äh junge junge Würdenträgerin muss ich irgendwie behaupten ne sieht dabei super niedlich aus ne eigentlich willst du sie einfach so so in Watte packen ne ja eigentlich ist mir komplett egal so also weiß ich nicht also wirklich die einzigen beiden Charaktere die ich irgendwie interessant fand waren tatsächlich die beiden zuerst vorgestellten Charaktere Snails und Ridley selbst die Magierin ich weiß nicht mehr mehr wie sie hieß ähm ich auch nicht ich guck mal gerade nach äh Marina oh wie meine Frau hoppalla wie kann ich den Namen vergessen ähm Marina Pretensa Marina Pretensa ähm das ist ähm weiß ich nicht also ich fand sie erste Magierturm dachte ich oh das hat Potenzial das wird bestimmt gut aber dann war sie irgendwie schnell auch relativ belanglos irgendwie also die hat ja vor allem auch relativ wenig gezaubert ja davon mal ganz abgesehen also hier da war so an ein zwei Schlüsselpositionen aber ansonsten gerade so dafür dass die Magier da scheinbar so die Oberklasse sind ja ich hatte ich hätte mir auch gewünscht dass da so ein bisschen mehr Magie im Spiel wäre ja aber da kann ich ja schon mal sagen also in äh Ehre unter Dieben gibt es ja auf jeden Fall eine Droiden hat man ja im Trailer gesehen die sich da in einen Eulenbären verwandelt äh das sah sehr sehr geil aus da hab ich Bock drauf wurde auch so die Reaktion ja war so was das denn ja ein Eulenbär ähm da hab ich Spaß dran äh das wird äh bestimmt eine lustige Sache und äh aber so die Charaktere aus dem Film jetzt hier weiß ich nicht also keine Ahnung also hat für mich irgendwie so weitestgehend überhaupt nicht gezündet und brauche ich eigentlich auch irgendwie nicht deswegen hoffe ich einfach sehr dass die äh Neuverfilmung da in eine etwas andere Kerbe schlägt und so diese trashigen Sachen ein bisschen also so positiv trashig so ich sag mal nostalgisch trashig darf es gerne sein aber so dieses unfreiwillig komische einfach wo man die Hände überm Kopf zusammenschlägt trashige hoffe ich gibt es da jetzt dann nicht mehr schauen wir mal also ich habe auf jeden Fall Hoffnung auf den neuen Film für den den wir jetzt heute geschaut haben muss ich allerdings sagen so ist mein Fazit eher so näh so ja ähm also ihr müsst euch jetzt vorstellen wie ich äh den Daumen nicht nach oben nicht nach unten gezeigt habe sondern mehr so in Mittelposition und skeptisch wackelt. Schön was zum Leben beilaufen lassen, ne, und das war's dann aber auch. Ja, also ich glaube mehr, also wenn man mehr davon erwartet, wird man, glaube ich, enttäuscht, wenn man einfach ein bisschen Fantasy Futter haben will. So, dafür ist es okay. Oder wenn man sich überlegt, ich hab bald eine Spielrunde Dungeons & Ranks oder in irgendeinem beliebigen Fantasy Spielsystem und möchte noch ein paar Ideen, die ich nicht einbringen möchte, dann kann man sich den Film auch gerne anschauen. Die ich nicht einbringen möchte, ja. Oder so ein paar, also so als Grundlage für das Abenteuer, wie man es dann richtig machen könnte oder so. Wäre vielleicht auch eine Idee, so ein paar Elemente zu übernehmen und es dann besser zu machen als der Film. Wäre auch eine Variante, aber so allgemein muss ich sagen, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Das müsste ich mir eigentlich mal als Soundclip hier für meinen Soundpad irgendwie reinmachen. Muss das denn? Ja. Okay. Genau. Okay. So ein paar Meme-Sounds. Was denkt ihr darüber? Brauche ich ein paar Meme-Sounds auf meinem Soundboard? Ich glaube schon, oder? Schreibt es mir gerne mal. Wir haben ja schon zwei eigene. Den hier zum Beispiel. Geil, Mann. Schreibt es mir gerne mal über mindcast-podcast.de slash Feedback und auch eure Meinung zum Film Dungeons & Dragons aus dem Jahr 2000 beziehungsweise 2001. War ja deutsches Release. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr ihn gesehen habt oder ob ihr gerade zum ersten Mal davon gehört habt. Ich bin gespannt. Lasst es uns wissen. Und ich kann schon mal so viel verraten. Wir werden auch in 2023 wieder ein bisschen mit den Formatfolgen experimentieren. Wir haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten, was wir in der nächsten Zeit so an einzelnen Formaten mal wieder etwas reaktivieren wollen. Zum Beispiel ein Serientalk steht demnächst mal wieder an. Also demnächst ist jetzt ganz vage erst mal auf die nähere Zukunft beschränkt. Aber da haben wir uns auf jeden Fall schon was überlegt, was wir uns mal anschauen wollen. Und auch die anderen Formate werden natürlich auch in 2023 wieder am Start sein. Christian, hast du noch einen abschließenden Würfelwurf zum Thema Dungeons & Dragons zu sagen? Nö. Ich bin soweit durch. Dann hab ich noch eine Frage an dich. So als Dungeons & Dragons-Spieler. Wie wohl hast du dich gefühlt in dem Film? So aus Spielerperspektive? Auch prinzipiell hab ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Es hat die Atmosphäre so ein bisschen rübergebracht. Auf jeden Fall. Genauso wie du schon sagtest, das Chaotische mit da drin. Und ja, das hat mich schon echt gut unterhalten. Und vor allem, wenn ich jetzt an unsere eigene Runde denke bezüglich des Humors, ist es genau das, was ich ... Also der Humor ist halt überschwenkend, würde ich mal sagen. Und ja, dementsprechend kann ich da schon ganz gute Vergleiche zu unserer aktuellen Runde ziehen. Okay. Dann soll es das für die heutige Folge gewesen sein, ihr Lieben. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer rollt Initiative, Bitches. The Mindcast is here to save your day. Games, movies and more. For geeks and nerds. Your favorite podcast ever. The Mindstalker is on his way. The Mindcast is here to save the day. The Mindstalker is on his way. Talking about things the Mindcast way. The Mindstalker is on his way. The Mindstalker is on his way. They call me what I did. They call me what I was doing. The Mindstalker... The Mindstalker is on his way. Vielen Dank.